Hier die sichern ihre Häuser mit Draht, wie in Panama, Costa Rica, wo ich auch schon war, oder Paraguay. Kennen wir aus Thailand so nicht. Ist nicht überall so, aber ja. Ja, sie huten hier ständig, das geht einem sowas auf dem Senkel. Ja, sie huten hier. Ja, sie huten hier. Ja, sie haben auch viele Brotsorten. Brot essen sie viel hier. Spaghetti. Spaghetti. Ja. Spaghetti. Spaghetti. Das ist ein heiloses Durcheinander auf den Straßen. Die kommen, wie sie fahren. Die fahren, wie sie kommen. Ort und quer. Die kommen von da drüben, fahren da rüber. Plumpf, plumpf. Hier findet man die Symbole mit Hammer und Fische. . . . Untertitelung des ZDF, 2020